Ich rufe die Sachentscheidung auf, Tagesordnungspunkt 4.1, Weiterführung der Integrationsberatungsstelle Zwickau. Meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, im Landkreis gibt es sieben Integrationsberatungsstellen, die alle auch gefördert werden vom Freistaat, wo es Verträge gibt zwischen dem Landkreis und den jeweiligen Betreibern dieser Integrationsberatungsstelle. In unserem Sozialraum ist es die Stadt selbst und der Raum betrifft auch nur die Stadt und die Beratungsstelle, die in der Hauptstraße eingerichtet worden ist. arbeitet auch sehr erfolgreich. Sie haben dem damals zugestimmt, dass wir das so tun sollen, die Beratung von Migranten durchzuführen. Also das sind nicht nur Flüchtlinge. Wir haben in der Stadt insgesamt 4.900 Ausländer circa und von diesen 4.900 Ausländern sind circa 1.780 Ausländer mit Flüchtlingshintergrund. Also die Beratungsstelle arbeitet vielfältig beim Thema Integration von ausländischen Bürgern, sowohl EU-Bürgern und auch anderen Staaten. Die Beschlussvorlage heute hat eigentlich einen wichtigen Grund und das will ich hier nochmal auch ganz explizit sagen, weil das so in dieser Form in der Begründung nicht steht. Wir haben das im Hauptausschuss ja ausführlich diskutiert und ich will das hier nochmal sagen. Die weiterführende Integrationsberatungsstelle, so wie sie jetzt ist, wäre aktuell kein Problem, befristet so lange wie Fördermittel vom Freistaat Sachsen kommen. Aber, sage ich, die beschäftigten Mitarbeiter in dieser Integrationsberatungsstelle, die wollen auch für sich eine berufliche Zukunft und die Profession Sozialarbeiter ist aktuell sehr gefragt. Ich habe ihn mitgebracht, haben Sie bestimmt auch gelesen, das Amtsblatt des Landkreises. Es wird ausgeschrieben, eine Stelle Sozialarbeiterin unbefristet ab 1. Dezember 2018. Ja, es kann sein, dass die Aufgabe der Integrationsberatungsstelle eine Aufgabe ist, die wir als Stadt nicht ewig haben werden. Aber ich möchte gerne den Frauen, die dort arbeiten, die ihre Arbeit sehr gut erfüllen, eine berufliche Perspektive geben und diese Fachkompetenz als Sozialarbeiter an die Stadt Zwickau binden. Falls diese Aufgabe wegfallen sollte oder Sie auch entscheiden, wenn der Freistaat nicht mehr an dieser Größenordnung fördert, dass Sie sagen, ja, wir wollen das nicht mehr in dem Umfang aufrechterhalten oder wir wollen die Stellen streichen nach 2020, dann ist das auch möglich. Klar ist aber, dass dann die Personen, wenn Sie sich nicht irgendwo auch privat anders orientiert haben, dann nach wie vor in der Stadtverwaltung Zwickau angestellt sind. Sie haben ja den Arbeitsvertrag, hätten dann den Arbeitsvertrag unbefristet mit der Stadtverwaltung und da haben wir innerhalb der Stadtverwaltung viele Möglichkeiten, Sozialarbeiter zu beschäftigen. Sie wissen, wir haben die Schulsozialarbeit, Sie wissen, wir haben auch die Kindertageseinrichtung, wir haben die Jugendeinrichtung, wir haben also vielfältige Möglichkeiten, Sozialarbeiter zu beschäftigen. Deshalb sehe ich darin, die Stellen unbefristet einzurichten als ein nicht großes Risiko für den Stellenplan unserer Stadt an. Und deshalb bitte ich Sie, dieser Vorlage Ihre Zustimmung zu geben. Ich will nicht noch mal auf den Inhalt der Beratung eingehen. Ich weiß auch, und das finde ich sehr schön und sehr gut, dass einige Stadträte sich persönlich informiert haben, in der Integrationsberatungsstelle auch noch mal nachgefragt haben, wie viel Beratung in welcher Form und welche Bürger beraten werden. Das ist alles auch im Ausschuss sehr positiv aufgenommen worden, also mit einem positiven Ergebnis wahrgenommen worden. Aber es geht eigentlich hier mit der Vorlage darum, dass die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung eine Perspektive erhalten und uns nicht verlassen, weil der Landkreis die Perspektive bietet. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es dazu Wortmeldungen? Herr Dr. Böttger, bitte. Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, heute Vormittag zwischen 9 und 10 war ich unangemeldet in dieser Beratungsstelle. Sie liegt in der Hauptstraße, umgeben von Geschäften. Gegenüber ist der türkische Supermarkt, davor sind einladende Bänke, wo man auch seine Wartezeit da verbringen kann. Und es lief gerade ein Beratungsgespräch. Es war ein junger Mann aus Afghanistan. Ich sage jetzt nichts über den Inhalt des Gesprächs, wir haben ja auch noch Datenschutz her. Und die beratende Sozialarbeiterin macht einen äußerst kompetenten Eindruck. Ich konnte mitverfolgen. Also der Afghane hatte nichts dagegen, dass ich mich dazu gesetzt habe. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Und da konnte ich mal das live erleben. Um welche Probleme es ging. Shopcenter, Kita, Hort, Vermieter manchmal auch. Und auf alle Fragen konnte sie sehr flüssig antworten oder hat ihm Hinweise gegeben, wohin sie sich wenden kann, er sich wenden kann. Und sie hat ihm auch Hausaufgaben aufgegeben, was er noch zu machen hat. Also das fand ich so richtig gut. Und es sind da zwei Sozialarbeiterinnen, genauer gesagt, der eine ist Soziologin, die andere ist Pädagogin. Und die Frau Dr. Findeis sagt da eben, wir haben genug Möglichkeiten im Falle eines Falles, diese Menschen anderweitig zu beschäftigen. Übrigens auch bei freien Trägern. Es muss nicht unbedingt die Stadtverwaltung sein. Ja, also ich sehe nicht das Risiko, dass wir irgendwann mal diese Leute loswerden wollen und kriegen sie nicht los. Ganz im Gegenteil. Wir sollten uns bemühen, qualifizierte Leute zu behalten. Denn die Leute brauchen auch eine gewisse Einarbeitungszeit. Man muss sich in viele Dinge einarbeiten. So wie sie jetzt im Stand sind, geht das also sehr flüssig voran. Neue Leute müssen eingearbeitet werden. Sie haben dazu zur Unterstützung Bundesfreiwillige, zurzeit sind sie zwei. Der eine von denen spricht Arabisch, das ist auch ein guter Vorteil. Traucht man aber meistens nicht, weil das mit Deutsch und Englisch alles sehr gut geht. Ja, ich plädiere also für die Fortführung dieser Integrationsberatungsstelle und möchte Sie um Zustimmung bitten. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Wolf. Ich sage, verehrte Frau Oberbürgermeisterin, verehrte Stadträte, da stellt sich mir die Frage noch mal, ich hätte das schon mal in einer anderen Anfrage gemacht, welche Kosten im Jahr durch diese Bereitungsstelle entstehen und natürlich die Frage durch die Einstellung von zwei vollbeschäftigten Einheiten, welche Kosten da bei der AfD dazukommen. Danke. Ja, aktuell wird die Beratungsstelle ja mit 75 Prozent bezuschusst. Wir haben dort auch einen Vertrag mit dem Landkreis. Die Kosten für eine Vollstelle in dieser Qualifizierung, also mit Arbeitgeberkosten, Lieberkosten liegen circa bei 45.000 Euro pro Jahr. Frau Lehmann, ist das so richtig? Danke. Herr Itzek. Eigentlich ist in der Vorlage unsere Meinung dazu schon beantwortet. Was steht da drin? Und erstens, dazu beantragt die Stadt Zwickau wie bisher Fördermittel nach der Richtlinie integrative Maßnahmen, solange Fördermittel nach dieser Richtlinie vom Freistaat dafür ausgereicht werden. Was sagt dieser Satz? Der Freistaat, sprich das höchste Organ, was wir hier in Sachsen haben und die Gremien, die dort vorhanden sind, haben eine Fördermittelrichtlinie für eine Dauer X erlassen und dafür ist sie gedacht. Und so schließt sich jetzt nicht, warum dann, wenn wie der Herr Böttger das gerade sagte, am freien Markt man, wenn es um die Mitarbeiter gehen würde, diese unterbringen könnte, dort einen Vorgriff vorweg auf unseren Haushalt nehmen sollte. Wir wissen nicht, wie lange es diese Fördermittel gibt und wenn dann mal Änderungen anstehen seitens des Freistaates, kann man immer noch handeln. Wir erachten die Vorlage heute als zu verfügt, weil noch gar nicht absehbar ist, dass die Menschen dort nicht in Lohn und Brot sind. Und wenn es nur darum ginge, Leute einzustellen, dann können wir natürlich an allen Orten Personalaufwächse in unserem Haushalt aufnehmen. Aber ich möchte zu Bedenken geben, auch das, was in den Ausschüssen in letzter Zeit gesagt wurde, dass wir uns in den kommenden Jahren, insbesondere in 2019 und 2020, auf weniger Einnahmen, zum Beispiel bei der Gewerbesteuer, einstellen müssen. Und mir fehlt dann dazu immer wieder die Antwort, was müssen wir denn dann, wenn wir den Lohnhaushalt anwachsen lassen, an investiven Maßnahmen, die vielleicht sogar schon geplant sind oder eingestellt sind, streichen oder was können wir dann nicht durchführen? Die Fraktion der AfD, Zwickau, wird der Vorlage nicht zustimmen. Danke. Frau Brückner. Ja, ich möchte bloß noch mal betonen, was die Frau Dr. Findeis ja angesprochen hat. Es geht auch um Sicherung der Fachkräfte, gerade in dem Bereich, in dem Sozialbereich. Der Dr. Lutter wird mir recht geben, wir waren zu einer Beratung, zwar vom Landkreis, aber welche Bedarfe es eigentlich gibt, wo wir die Fachkräfte überhaupt nicht absichern können. Und wenn man Sozialpädagogen hat, die gute Arbeit leisten, die viel Erfahrung haben, dann sollten wir als Stadt tunlichst etwas unternehmen, um uns die für die Zukunft zu sichern. Wir haben jetzt in Umsetzung mit Schulsozialarbeit, können wir nicht mal alle absichern, weil die Fachkräfte nicht da sind. Das heißt, ich muss dort in der Qualifizierung schon runtergehen, um die Leute irgendwo, um das umzusetzen, was der Freistaat mal angedacht hat. Und wir werden doch als Stadt Zwickau sind gut beraten, wenn wir langfristig uns gute Leute sichern. Und letzter Punkt, Förderprogramme haben immer eine zeitliche Änderung. Danke. Herr Ötzig, nur zur richtigen Stellung, die wir haben einen Arbeitsvertrag mit der Stadt Zwickau. Also nicht so, dass die neu angestellt haben, weil Sie gesagt haben, dass die neu angestellt werden. Die haben einen Arbeitsvertrag. Gut. Ich sehe keine weitere Wortmeldung. Herr Binder, bitte. Ja. Ich bin wahrscheinlich in meiner Fraktion wieder der Exote oder Integrationsminister in den letzten Tagen. Also ich werbe natürlich auch sehr für diesen Beschluss. Ich glaube, gerade in der Integrationspolitik ist in Deutschland viel im Orden. Auf jeder Seite, ich finde das mit den Abschiebungen unmöglich, das müsste schneller gehen. Das ist aber nicht unser Thema hier. Da sind sehr, sehr viele Versäumnisse. Viele Bürger verstehen nicht, warum das nicht schneller geht, warum nicht Gefährder schneller ausgewiesen werden. Auf der anderen Seite haben auch wir eine Verpflichtung, Flüchtlinge, die hier sind, den Leuten zu helfen. Ich weiß, jetzt kommt die Thematik wieder freiwillige Leistungen und Haushalt. Ich glaube, es ist für uns alle eine Verpflichtung, den Leuten, die hier sind, die legal hier sind, dass wir denen helfen. Wir haben im Haupt- und Verwaltungsausschuss einen sehr guten Vortrag von der Frau Lehmann dazu gehört, die auch die zwei Mitarbeiter sehr gelobt hat. Ich glaube, Sozialarbeit ist sowieso nicht messbar in irgendwelchen Geldbeträgen, sondern da kommt es auf Ermessensentscheidungen, auf Empfindungen an, wie gut sind die Leute. Hier haben wir also ein großes Lob für die zwei Sozialarbeiter. Ich glaube, jeder von uns, der in einem fremden Land ist, egal, ob er jetzt in Urlaub ist oder wenn er so wie Flüchtlinge hier sind, ist, der ist, glaube ich, dankbar, wenn er Hilfe bekommt, wenn er Unterstützung bekommt. Hier geht es ja um existenzielle Probleme. Das sind für uns Banalitäten. Für viele Ausländer, die hierher kommen, ist es sehr, sehr schwierig von der Sprache her, von den Verfahren, wie wir das handeln. Von daher finde ich es ganz, ganz toll, dass es so Integrationsstellen gibt. Ich bin der Stadt Zwickau auch da sehr, sehr dankbar, dass wir diese Stelle haben. Wir sollen die auch unbedingt weiter behalten. Ich sehe auch diesen Beschluss, Weiterführung der Integrationsberatungsstellen, auch im Zusammenhang mit unserem Antrag Sicherheit und Ordnung, der im Laufe des Tages heute noch kommt. Das ist für mich eine komplexe Einheit, der irgendwo stimmig ist. Und aus diesem Grunde, ich weiß die Thematik freiwillige Leistung, kann ich nur an alle appellieren, dass wir diesen Beschluss akzeptieren und unterstützen. Ich bin da hundertprozentig auf Seite von der Frau Dr. Findais. Danke. Herr Dr. Schick. Für mich mal noch eine inhaltliche Nachfrage von der Sache, Herr Punkt 1, was jetzt nicht ganz rauskam, auch wenn die eine Festanstellung kriegen, bleibt die Förderung weiter bestehen, gehe ich davon aus. Und dann die andere Frage, Herr Binder sprach jetzt von helfen, der Herr Bötscher hat gesagt, er kann über die Inhalte der Gespräche nicht sagen, er hat Beispiele genannt, was beraten wird. Das ist aber immer ein, ich kriege das immer so mit, ein Geben. Wir bieten was an, wir sagen, was zusteht, was man sich besorgen kann, wo man reinkommen kann. Die Bevölkerung draußen hat aber in der Wahrnehmung jetzt eine andere. Deshalb meine Frage, ist das auch Aufgabe dieser Beratungsstelle, denen, die da zur Beratung kommen, auch mitzuteilen, was wir als Gegenleistung erwarten? Verständnis für unsere Kultur, Verständnis für unsere Lebensweise, Verständnis für den Umgang bei uns, weil einige scheinen es ja nicht zu wissen, wie es geht. Wird das mitgebracht oder ist das nur eine einseitige Geschichte, die Beratungsstelle? Da hätte ich mal gerne Auskunft dazu. Ganz klare Auskunft, ja, auch das wird gemacht. Und in diesem Sinne sehe ich das auch, was der Herr Bindler vorher gesagt hat, das ist auch ein Teil des Komplexes, des Antrages, den die Fraktionen dann noch bringen. Also, dass unser Zusammenleben in den vielfältigen Kulturen, die die Anzahl der ausländischen Bürger, habe ich ja benannt, das sind nicht nur Flüchtlinge, die Zahlen habe ich ja benannt, dass dort auch mitgeteilt wird, welche Wertevorstellungen bei uns existieren. Dann werden auch oder sind ja bekannt, die Wertevorstellungen auch in anderen Religionen und Ländern. Und da wird auch dazu gesprochen und beraten. Und auch, das will ich auch noch ergänzen, es kommen auch Deutsche in diese Beratungsstelle, die nämlich, ob gewollt oder nicht gewollt, Kontakt haben mit ausländischen Mitbürgern, die auch nachfragen, wie ist das jetzt zu werden, wie sollen wir uns verhalten, sollen wir ihn auf eine bestimmte Sache ansprechen, ja oder nein, also auch das passiert. Herr Drechsel. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Stadtratsmitglieder. Nur jetzt mal für mich. Also, ich habe die Vorlage bis zu den Ausführungen von Herrn Bünder eigentlich nicht als Vorlage gesehen, dass wir hier über Integrationsfragen diskutieren müssen, ob wir die nun gut finden oder nicht und dass die ordentlich umgesetzt werden. Und ich glaube auch, dass das hier nicht anzunehmen war, sondern ich sehe das eher als einen technischen Vorgang für unseren Haushalt und für unsere Stellenplanung in Zukunft. Und deshalb sage ich, wir müssen sehr wohl überlegen, ob wir, was wir mit unseren Personalkosten machen, wenn ich mich noch erinnere, wo wir vor zehn Jahren mit Personalkosten waren, wo wir jetzt sind, sind das Größenordnungen, die einen schon einen trockenen Mund machen können. Und ich finde es deshalb auch schon legitim, darüber mal reden zu dürfen und das auch zu benennen. Weil das, wenn wir das hier tun, auch wirklich ein gewisses Gewicht hat im technischen Vorgang jetzt. Wir sagen ja ganz klar, okay, wir stocken hier auf. Für mich ist bis jetzt noch nicht klar, warum wir das jetzt unbedingt tun müssen. Denn normal läuft es ja über den Haushalt und über unseren Stellenplan. Da hätte man das dann auch später noch abbilden müssen. Wenn ich da drauf mal noch eine Antwort bekommen könnte, wäre ich dankbar. Danke. Also Herr Drechsel, ich denke, ich habe es im Ausschuss auch klar erläutert und ich habe es auch heute gesagt. Also wenn wir den Frauen keine Perspektive geben, die sich dort eingearbeitet haben, die gut sind, ja, Herr Itzweck, die auch auf dem Markt eine Chance haben, aber das wollen wir gerade nicht. Wir wollen sie an uns binden, weil das gute Leute sind. Und wenn ich den Stellenplan jetzt unbefristet aufstocke, also wenn ich mit den Mitarbeitern einen unbefristeten Arbeitsvertrag abschließe, dann muss ich das im Stellenplan darstellen. Und da das eine Verbindung ist zu dieser Beratungsstelle, ist es der richtige Weg, sie erst mal darüber zu beschließen zu lassen, dass wir die Beratungsstelle unbefristet weiterführen. Und erst dann kann ich sagen, die Stellen sind unbefristet im Stellenplan drin. Der umgedrehte Vorgang, wenn Sie 2022 sagen oder die, die dann hier sitzen oder auch er, also wir wollen das nicht mehr, wir wollen das auch nicht mit der 15- oder 25-prozentigen Beteiligung der Stadt Zwickau, so wie es jetzt ist, dann ist das auch möglich. Dann werden die Stellen im Stellenplan wieder gestrichen, aber die Personen sind natürlich da und das ist die Ehrlichkeit, die ich jetzt Ihnen gegenüber bringen muss, die Haushaltswahrheit und Klarheit verlangt. Die Personen sind dann da, weil die einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Aber ich sage Ihnen auch, wir haben im Stellenplan, das wissen die Mitglieder des Hauptverwaltungsausschusses, es ist nicht immer so, dass jeder Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, auch eine Stelle hat. Es gibt immer eine Anzahl von Mitarbeitern, die ohne Stelle arbeiten. Das ist bei ca. 1300 Beschäftigten, sind das, wir haben es jetzt, glaube ich, sind 30 Personen, also es ist gar nicht so viel. Und wir versuchen dann im Planungsmechanismus der Stellen über das Hauptpersonalamt, aber auch die Mitarbeiter selber, sich zu bewerben auf entsprechende Stellen, die dann frei sind, beziehungsweise Haupt- und Personalamt orientiert, dann auch die Mitarbeiter mit der Ausbildung, die sie haben, in die Bereiche, und das wäre bei den Sozialarbeitern, die Jugendfreizeiteinrichtung, das wäre Schulsozialarbeit, das, was wir von der Stadt aus anbieten, sich dort dann zu bewerben, beziehungsweise diese Stellen mit diesem Personal zu besetzen. Und da wir doch eine ziemlich große Anzahl solcher Stellen haben, also unabhängig von den beiden, die jetzt hier zum Inhalt sind, sehe ich kein Problem, falls man ein Stadtrat beschließt, wir wollen das nicht mehr weitermachen, dass diese Personen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in der Stadtverwaltung Zwickau weiter beschäftigt werden können. Wenn denen das dann alles nicht gefällt, dann haben sie natürlich auch die Möglichkeit, was kam vor, um sich bei einem freien Träger zu bewerben, dann würden sie aber weggehen. Aber jetzt habe ich das Risiko, dass man sich bewirbt, weil diese Profession zurzeit sehr gefragt ist. Das hat verschiedene Gründe. Auch die Gründe zum Beispiel, dass Schulsozialarbeit vom Freistaat Sachsen jetzt verpflichtend eingeführt worden ist. Dass wir im Bereich der Jugendhilfe immer mehr Sozialarbeiter brauchen. Jugendhilfe ist nicht eine Aufgabe, die bei der Stadt ist. Die hat der Landkreis, das Beispiel habe ich vorgelesen, dass da zum Beispiel jetzt gerade eine Stellenausschreibung ist. Und das ist der Grund, warum ich Ihnen das heute vorschlage. Sie haben recht. Es ist eigentlich mehr eine technische Frage als eine inhaltliche Frage. Das habe ich ja auch noch mal so rübergebracht. Aber die technische und die inhaltliche Frage sind schon verknüpft. Wenn es uns das wert ist, dass diese Beratungsstelle weiter qualitativ so gut geführt wird, dann sollten wir auch den Sozialarbeitern die Chance geben, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen. Herr Dr. Lutter. Da es jetzt zu einer Diskussion gekommen ist, will ich doch ein paar Worte auch aus meiner Sicht dazu sagen. Also ich gebe Herrn Tristan Drechsel an deiner Stelle, und Sie haben das ja gerade eben bestätigt, das Thema Integration, was als Überschrift steht, das sind zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist das Thema Integration. Da will ich ganz klar sagen, also wir sollten uns in Deutschland darum kümmern, dass wir eine ungesteuerte Zuwanderung einschränken. Aber auf der anderen Seite gibt es, auf der anderen Seite gibt es in Deutschland, in Zwickau, Leute, die haben einen Aufenthaltsstatus, die sind da. Und um die müssen wir uns kümmern. Und das geht nun mal nur über das Thema Integration, Integrationsberatung, und ist, glaube ich, auch ganz deutlich ein Teil eines Sicherheitskonzeptes, was wir haben müssen. Wenn die ungesteuert herumlaufen, dann ist das schädlich, für unser Gemeinwohl und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Integration machen. So, das ist das eine Thema. Deswegen sage ich auch, das ist ganz klar so zu formulieren. Auf der anderen Seite, und das ist bei uns in der Fraktion diskutiert worden, ist das eben dieser technische Vorgang. Wie verhält man sich richtig? Es gibt hier Stellen, die praktisch über den Landkreis gefördert sind, die immer durch das Förderprogramm und in der Freistaat gefördert sind, befristet gefördert sind. Kann man das so laufen lassen oder was passiert? Frau Brückner hat das ja eben angesprochen, wir waren bei einer gemeinsamen Beratung beim Kreis Jugendring gewesen, die uns die Situation der Sozialarbeiter dargestellt haben. Es ist eben so, dass durch die Schulsozialarbeit jetzt die Situation ist, dass es plötzlich wesentlich mehr Stellen gibt als Leute. und die Leute, die Sozialarbeiter können sich aussuchen, was sie machen und es ist eben zu beobachten, dass sie dann in sicherere Stellen gehen, als wie sie sie möglicherweise momentan haben. Und aus diesem Grunde gebe ich Ihnen an dieser Stelle recht, dass es dann schon sinnvoll ist, zu überlegen, ob man das nicht schon unbefristet übernimmt. Aber ich will, das ist meine Meinung, Ich will sagen, dass es bei uns in der Fraktion dadurch dazu eine unterschiedliche Meinungslage gibt und dann möglicherweise es auch zu einer unterschiedlichen Abstimmung kommen kann. Herr Ötzei. Ich wollte nur noch mal ganz kurz zur Klarstellung, Frau Oberbürgermeisterin, Sie sprachen mich vor uns an wegen der freien Träger. Ich hatte nur wiederholt, was der Dr. Böttcher sagte. Dem Herrn Binder habe ich entnommen, dass es gesellschaftliche Aufgabe ist, die ich teile, dass wir uns als Stadt Zwickau auch mit Beträgen an Geld beteiligen. Wie Sie sicherlich vernommen haben, Herr Binder, beträgt unsere Beteiligung als Stadt Zwickau im Moment schon 25 Prozent dieser Lohnkosten. Also wir sind da schon mit im Boot. Aber jetzt vielleicht noch mal kurz zum Verständnis, was vor gar nicht so langer Zeit den Leuten erzählt wurde. Es wurde einfach erzählt, ja, da sind wir nicht zuständig, da ging es insbesondere um die Unterbringung und Dinge, das macht der Landkreis. Das bezahlt auch der Landkreis, der hier wiederum aus den Gemeinden gespeist wird und von Zustößen des Landes. Und keine andere Situation, ist jetzt. Und jetzt, so verstehe ich das, und Sie wissen, dass ich selbst im Vorstand eines freien Trägers im Ehrenamt seit 1993 tätig bin, Uh, es gibt keine Sozialarbeiter. Ich kann Ihnen sagen, wo die herkommen in nächster Zeit. Immer mehr von diesen Flüchtlingsunterkünften werden geschlossen, sind nicht mehr ausgelastet, werden nicht mehr benötigt, weil anscheinend, Vielen Dank, Herr Dr. Lothar, das Unkontrollierte, jetzt etwas kontrollierter ablaufen wird. Wissen Sie, wer da denn arbeitet, bei diesen freien Trägern? Sozialarbeiter. Die werden dann freigestellt. Die wird es dann am Markt geben. Das sind gute, tüchtige Leute, die bisher in diesen Einrichtungen tagtäglich am Geschehen mit denen, die in Aufenthaltstitel und die keinen und Vermittlung in Wohnungen gearbeitet haben. Also noch mal, ich habe das gerade so verstanden, dass da so ein Drohgebärde aufgebaut wird, gibt es nicht, müssen wir jetzt unbedingt sichern, damit wir die dann haben. Wir sind anderer Meinung und das, was ich vielleicht gerade gesagt habe, vielleicht noch mal zwei Minuten sacken lassen und dann überlegen, wie Sie für unseren Haushalt heute hier in Zwickau entscheiden. Danke. Herr Wöhl. Frau Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, an der bundespolitischen Diskussion will ich mich jetzt ja nicht beschäftigen oder nicht beteiligen. Ich denke, wir sind uns hier im Rat einig, dass wir die freiwillige Aufgabe der Integration wahrnehmen wollen. Das ist ja auch Inhalt des dann noch folgenden gemeinsamen Antrags. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, auf dasselbe, was ich schon damals im Frühjahr zu der Diskussion mit den Verbeamtungen gesagt habe. Wir als Kommune stehen in Konkurrenz mit den anderen Großstädten, ob das Chemnitz ist, ob das Blauen ist oder auch, ob das der Landkreis ist. Und wenn wir es nicht schaffen, unsere guten Arbeitskräfte hier in der Stadt zu halten, dann kriegen wir ein massives Problem. Und deswegen kann ich nur noch mal dafür werben, dass wir diesen Beschluss, so wie er jetzt vorliegt, beschließen. Herr Donner. Ich möchte noch einmal den Herrn Itzek konkret widersprechen. Es ist nicht so, dass hier eine Drohkulisse aufgebaut wird. Es ist ganz einfach Tatsache. Wir haben aktuell die Situation, dass sowohl der Landkreis als auch die Stadt Schuh Sozialarbeiter sucht und nicht findet. Es ist also nicht so, dass wir hier irgendwas herbeireden. Es ist schon Tatsache. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Meinung ursprünglich geändert habe. Aber ich war auch erst der Auffassung, wir müssen unseren Haushalt konsolidieren und müssen versuchen, Stellen abzubauen. Aber das sind Fachkräfte, die wir aktuell dringend brauchen. Der Bedarf ist momentan bei weitem nicht gedeckt. Es sieht auch nicht so aus, als wird er in absehbarer Zeit gedeckt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sie halten. Herr Dr. Schick. Beim Herrn Itzek ist mir noch was oben geblieben worden. Sie wollten es ja wieder mehr oder weniger so bringen, dass es an der Landkreise zuständig ist. Das soll es auch machen. Wäre ich ja voll bei Ihnen. Aber das ist ja eben nicht so. Das ist immer gesagt worden. Der Landkreis ist eben nur so lange zuständig, so viel ich weiß, bis sie den Aufenthaltsstatus haben. Und ab dem Tag ist dann wieder die Gemeinde oder die Stadt zuständig, wo sie halt sind. Das ist ja das Problem. Dr. Luther hat es ja gesagt. Dann haben wir eine ganze Reihe, die sind da. Und die werden auch hier bleiben. Und damit müssen aber so schnell wie möglich dafür gesorgt werden, dass sie sich integrieren. Und deshalb habe ich ja extra vor uns nochmal gefragt, ist die Bereitung nur einseitig, was nicht zusteht? Oder wird denen auch gesagt, was wir von ihnen erwarten? Und wenn das dort Gegenstand der Beratung ist, ist das ja gar nicht so schlecht, dass an der Stelle auch mal gesagt wird, als Gegenleistung habt ihr euch bitteschön auch in dem Kulturkreis mal zu integrieren. Nicht wir müssen ständig auf die Rücksicht nehmen, sondern die müssen auch mal auf uns Rücksicht nehmen, damit wieder mal Ruhe einzieht draußen. Also nochmal zur Richterstellung, in dieser Beratungsstelle arbeitet auch eine Mitarbeiterin, die beim Landkreis angestellt ist. Das ist die Integrationskoordinatorin. Und die Aufgabe an sich ist aber in jedem Sozialraum dann entweder an Städten angegliedert und bei uns bietet sich sie an, weil wir als Stadt Zwickau ein Sozialraum sind. Limbach-Oberfrohnau, da macht es auch die Stadt. Bei anderen Sozialräumen macht es auch einen freien Träger. Das ist also sehr unterschiedlich. Und die Zahlen nochmal, ich habe es vorhin genannt, circa 4.900 Ausländer insgesamt in der Stadt und davon circa 1.780 Ausländer mit Flüchtlingshintergrund. Sagt auch nochmal, also es sind auch EU-Ausländer, die hier beraten werden. Es sind ausländische Studenten, die hier beraten werden. Denn an der Hochschule werden sie nur beraten zum Thema Studium und nicht zum Thema Leben in einer Stadt hier, in einer Stadtgesellschaft. Und da stehen Auffragen, auch die werden beraten dort. Herr Itzik. Herr Dr. Schick, wir sind doch d'accord mit dem, was dort geleistet werden soll. Aber wir brauchen ja nicht, darüber zu debattieren, ob in die eine Richtung vermittelt wird oder in welche auch immer, für Dinge, die uns normal vorkommen, auf der anderen Seite vielleicht nicht so. Aber wir reden bitte um das Bad des Kaisers, aber immer wenn man spricht, kommen auch neue Dinge raus. Die Frau Oberbürgermeisterin sagte gerade, es gibt verschiedene Sozialräume. Das wissen wir auch aus dem Kreisrat heraus. Ja, in anderen machen das freie Träger. Und das ist doch hier der Punkt, über den wir gerade sprechen. Es könnte auch ein freier Träger tun, mit denselbigen Zuschüssen, wie sie jetzt gerade da sind. Dann müssen wir sie aber nicht in unseren Stellenplanen in der Stadt Zwickau integrieren. Wo wir da vor uns gehört haben, es gibt vielleicht 30 Mitarbeiter bei den 1.300 und, vielleicht waren es auch ein paar mehr, die eben keine Stelle haben. Und jetzt nehmen wir doch mal den Fall, es gibt keine Förderung mehr, die Stellen fallen weg, dann haben wir doch genau diese 30, die jetzt schon keine Stelle haben, sind doch eigentlich schon 30 zu viel, da machen wir jetzt mal 32 raus. Egal, wo wir sie dann verwenden, wird sie schon finden. Laut Dotka-Bötka können wir sie ja dann an freien Träger abgeben. Aber, das ist mit dem Antrag nicht gewollt. Die sind angestellt. Befristet. Befristet. Die sind befristet angestellt, aus einem Grund. Wir würden all die in der Landesregierung, die diese Programme auflegen, Lügen strafen, warum machen die denn das dann nicht unbefristet und sagen ja, der kriegt doch von uns dauerhaftes Geld für die Zeiträume. Da sind doch Gründe dahinter, das ist doch ganz einfach. Aber, wenn natürlich die Mehrheit des Rates Stellenaufwachs will in der Verwaltung, dann soll es so geschehen. Wir wollen es nicht. Herr Wühl. Ja, ich sage Ihnen noch mal ganz kurz, es geht einfach nur darum, wenn wir diese Stellen nicht entfristen. Dann sind diese Arbeitskräfte weg. Punkt. Also, ich bitte jetzt kein... Und das ist die Progefährte, von der ich frage. Sie haben nicht das Wort. Ich denke, die verschiedenen Meinungen sind noch ausgetauscht. Es ist auch klar, um was es hier geht. Ich will das auch jetzt nicht noch mal richtig stellen oder kommentieren oder sonst was. Herr Elzeck, Sie haben das Wort. Dankeschön, Frau Oberbürgermeisterin. Und genau das sagte ich vorhin. Vielen Dank, Herr Wühl. Und das ist genau die Drohkulisse, die aufgebaut wird. Wenn wir die jetzt nicht unbefristet einstellen, sind sie weg. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Binder. Punkt eins. Ich finde es bei dem Antrag ein bisschen schade, dass man über technische Fragen spricht, wo es doch um Menschen geht. und das Zweite ist, Herr Itzeck, im HVA ist darüber ganz ausführlich gesprochen worden. Und die Frau Lehmann hat ganz nachvollziehbar dargelegt, warum und wieso das notwendig ist. Eine Fraktion war nicht vertreten im HVA. Ja, aber wir können ja auch uns Zeit lassen, hier im Plenum noch mal vorlagen, bis zum Grund auseinanderzunehmen. Herr Itzeck, bitte. Herr Binder, ganz kurz zur Erklärung, warum unsere Fraktion nicht vertreten war. Ein Fraktionsmitglied hatte seinen Jahresurlaub und der Stellvertreter der Fraktion war im Ausland und ist seiner redlichen Arbeit nachgegangen, um hier in Deutschland Steuern bezahlen zu können. Das werden Sie da sicherlich nachgehen. Das werden Sie da sicherlich nachsehen, dass, wenn nur ein Vertreter benennbar ist, wie Sie es ja genau wissen, da auch mal jemand nicht da sein kann. Aber jeder Stadtrat darf an jeder Sitzung teilnehmen. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich jetzt nicht, dann würde ich die Diskussion beenden und stelle die Vorlage zur Abstimmung. Ist es notwendig, die Punkte im Einzelnen noch mal zu verlesen? Dann stelle ich die Drucksachen Nummer 167 aus 2018 zur Abstimmung mit den Beschlusspunkten 1, 2 und 3. Wer ihm die Zustimmung gibt, den bitte ich um Sandzeichen. Danke. Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen? Bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen ist die Vorlage so angenommen. Danke. Tagesordnungspunkt 4.2 Vorhabensbeschluss Neubau Feuerwerk.